Das ist jetzt nur ein kleiner Baller, oder? Man lebt zehn Jahre länger, wenn man so hauset. Nein, das Lebensgefühl ist irgendwie anders. Die Kinder sind viel entspannter, man lebt gesünder, man will nur jede Minute nach dem Süden reisen, weil man sich in dieser Styroporkiste nicht wohlfühlt. Das sind vorhobrizierte Elemente, die wir jetzt isoliert haben. Es waren die Fenster, der Verputz, die Installationen. Und dann haben wir es zusammengesetzt wie ein Lego. Wir waren dann sehr schnell. Wir hatten schon eineinhalb Jahre, ab dem Baubeginn bis sie eingezogen sind. Nur ökologisch bauen das lange nicht. Ich schaue das immer an verschiedene Layer. Ein Layer ist die Ökologie, die Nachhaltigkeit. Ein anderer ist die Architektur. Ein anderer ist der Städtebau. Also die Leute müssen sich dort wohlfühlen im Umfeld. Ich kann nicht eine Kiste bauen, eine Tür machen und bin auf der Hauptstrasse. Sondern wir wollten Zwischenräume schaffen, in denen sich die Leute treffen und den Leuten eine Chance geben, dass eine Gemeinschaft entsteht. Wir haben dann mit allen Isolationsmaterialien schon gearbeitet. Aber die graue Energie ist immer das Schlechte. Und dann habe ich ein Material gesucht, das günstig ist, ökologisch ist, nachhaltig, wenig graue Energie beinhaltet und alles. Und dann haben wir sicher zehn, zwölf Projekte gemacht. Jetzt sind wir über 50, können wir realisieren. Ich würde gerne noch 100 weitere machen. Am liebsten die ganze Stadt.